Jetzt gibt's Kloppe, Junge. Komm ran, Junge. Ralf wütend. Wie er abgeht, Leute. Wie er abgeht. Niemand tut seinem Jungen was. Die sind alle weg. Wie komm ich da rüber? Ah, hier ist noch einer. Wie komm ich da rüber? Wie lang? Do it! Drück, 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 drück. Drück! Wasser war's, was mir gehört. Okay, okay, okay. Schön, dass man Nackenschelle. Sehr schön, kleiner Mann. Ich finde das so geil, wie er einfach immer nur... Hier geht es nicht rüber. Und die Bogensehne der Hexe funktioniert nicht mehr. Wie er immer einfach nur... Macht. Ich brauche halt die andere Rune noch eigentlich. Ist das hier vielleicht aufladen, deine Sehne? Wahrscheinlich. Ist auch wieder eine Kiste. Wo ist denn hier der... Der Püppel dafür? Da unten. Ach was. Jetzt muss ich hier wieder mehrere treffen. Mehrere... Wurzeln. Wo ist denn... Wo ist denn... Ach, oh. Hä? Wo ist denn noch einer? Ich sehe nur die eine. Ich sehe nur die eine. Das ist natürlich blöd. Dann gibt das wohl halt kein Bild für dich. Bist nicht in der Band. Mäh, mäh, mäh. Schade. Ist da noch was? Das verstehe ich nicht. Da ist nur ein. Die kommen wir auch nicht weiter, weil die Sehne nicht funktioniert. Okay. Was hat das denn hier mit zu tun? Ah, hier ist noch eins. Guck mal. Ah, aha. Von wo aus sehe ich das? Gar nicht. Das bedeutet... Die Axt da hinschmeißen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Hier hingehen. Und rufen. Fast. Das muss genau den Winkel haben. Ach, du Scheiße. Das klappt doch niemals. Muss ja was krasses in der Kiste drin sein, wenn es dir so schwer ist. Was ist doch aber jetzt genau der Winkel? Zu weit unten. Das ist gar nicht so dumm. Hallo, Penaris. Grüße. Danke nochmal, dass du mich überredet hast, das Spiel zu holen. Okay, das finde ich jetzt crazy. Wie soll ich das kriegen? Ich muss das so machen, dass das hier wieder rangeht. Ah, fast. Das ist voll schwer, Leute. Das ist voll schwer, Leute. Jetzt hat es aber das nicht erwischt. Das muss höher. So könnte es klappen. Ich kriege das eine hier. Doch, jetzt habe ich es. Yeah. Nice. Das finde ich richtig geil, dass man das so kompliziert machen muss. Welchen dritten Apfel? So, da haben wir wieder weichen Stahl. So. Oh, hier habe ich schon drei. Ich habe schon drei Äpfel. Bestimmt. Bestimmt. Ah. Jetzt haben wir uns natürlich die eine Ruhentruhe nicht geholt. Aber da kommen wir vielleicht nochmal hin. Rechne mit Widerstand. Rechne mit Widerstand. Ok, wo ist das nächste? Mal hier klettern. Klettererchen! So, einmal hoch. Achtung, Feuer über dir! Achtung, Feuer über dir! Ich bin bereit! Damn, schön von hinten. Wo sind die denn, man? Wo denn? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Wie viele fliegen, die zu spüren? Ich bin bereit. Wie viele fliegen. Wie viele fliegen. Da, Laser, Junge. Laser. Voll Laser, wie du abgehst. Sind die jetzt eingeschlafen, oder was? Das Stück können wir gegen ihn verwenden. Wow. Sag mir wann! Er ist da! Pass auf, Wasser! Weint, ist noch ein Stückchen irgendwo? Jetzt bin ich auch tot. Du kannst mich aber wiederholen, Kollege. Hä, warum kann der mich nicht wiederholen? Der hat doch so einen Wiederbelebungs-Scheiß. Haben wir doch extra gekauft, oder nicht? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ich bin jetzt drin! Ich bin jetzt drin! So, jetzt kommt er wieder. Kann ich nicht looten hier? Du findest seinen wunden Punkt. Komm, schieß nochmal, Kollege. Feuer, schieß. Die Attacke ist halt mies. Auch. 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 Was ist das? Los! Wer soll das denn wissen? Bei dem hin hilft mir der Rage-Mode halt gar nichts. Los! 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 Das bringt halt absolut gar nix. Wie wenig Nahankriftschaden meine Waffe macht, da ist Ferneankriftschaden deutlich stärker aber auch. Energie! Energie! So, Kollege, jetzt können wir nochmal neu machen. Hier, komm her, pass auf. Jetzt haben wir einen. Immer einer ins Gesicht! Komm mal nochmal auf den Schlund. Bei dem Zahnort. Abzug! Nice! Nice! Sehr gut! Loot, 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 Loot! Oh! Was ist das denn? Zersplittetes Herz von Alfheim. Zauber! 12% reduziert jeglichen Schaden durch Angriffe von Dunkelalben. Okay. Oh, nicht schlecht. Schlau! Ja! Ja! Die Hauptgrüche ist wieder da! Suchen wir einen Weg nach oben! Ja, der war schon knackig, der Gegner. Aber auch nicht so schwer. Das Licht erschafft offenbar mehr als nur Brücken. Vielleicht bringt uns das hier nach oben. Über meinen Fahrstuhl aus Licht. Oh, nicht schlecht. Boah, ich bin mal gespannt, ey. Was der für eine Fähigkeit hat, der Kleine. Der muss ja auch irgendeine Fähigkeit haben, wenn er so ein Halb oder Gott ist. Die blaue Tür! Wir sind da! Ja. Na, guck mal. Jetzt haben wir es befreit. Nice! Jetzt kommen bestimmt noch ein paar tausend Gegner. Ich werde mich nie dran gewöhnen, auf festem Licht zu laufen. Das ist ja auch krass. Auf festem Licht laufen, ey. Bzzz, 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 bzzz. Die Tür. Da ist kein Schlitz. Was? Wir haben ein Problem. Einen anderen Weg in den Tempel finden. Diese Türen öffnen sich nicht. Hallo? Verstehe ich nicht. Wozu dann die Tür? Hallo? 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 Wir suchen einen anderen Eingang. Hallo? Freude! Schon wieder der Zwerg. Sindri? Krass, Mann. Der ist immer eher... Der ist immer eher da. Hey, Sindri! Siehst du dir das mal an? Ehrlich? Ich habe im Moment... Sieh her! Hm. Hier ist eine Zauberin. Ihr Name ist Groa. Sie hatte Vision. Sie hatte Vision. Wollte Odin ihr Buch? Krass, dass der immer schön mit seinem Büchlein alles mitschreibt. Finde ich super. Geil. Ihr habt einen Vergessenen getötet? Ja. Was? Schwierig? Ja. Ist das alles, was ich bekomme? Ja. Geil. Gibt neue EP. Sindri, warum verträgst du dich nicht mit deinem Bruder? Ich? Mit ihm vertragen? Weil er ein Dickschädel ist, der sich niemals ändert. Weil er schreckliche Dinge über mich sagt. Nur weil er unsicher ist, was seine Arbeit angeht. Die, ich versichere euch, nicht gut ist. Weil er mir die Schuld gibt für etwas, wofür ich nichts kann. Hä? Für was? Entschuldige mich bitte. Ich muss mich sammeln. So, wir gucken mal in den Shop. Ablenkung kommt gerade recht. So. Brustrüstung haben wir neue. Ja, guck mal. Die ist doch echt gut. Die haben wir ja. Sind alle schlechter. Warum zeigt er mir die? Warum zeigt er mir die als neu an? Das frage ich mich. So. Wir können... Achso. Hier herstellen jetzt. Da brauchen wir vergessenen Trümmer. Okay. Na, die sind alle neu. Die blauen. Da brauchen wir dann, wie gesagt, von den vergessenen. Guck mal hier zum Beispiel. Leichter Griff. Den könnten wir machen. Leichter Kriegsgriff. Boah. 7500. Crazy Shit. Crazy Schisselmannüsse. Ne. Ne. Da sparen wir noch, Leute. Da sparen wir noch. Verkaufen. Ja, das, was wir nicht tragen. Was tragen wir denn nicht? Alles, oder nicht? Worin hast du die überhaupt getragen? Und vergiss nicht zu atmen. Ja, die, äh... Genau, ich verkaufe ja... Hier ist bestimmt nicht das, was wir selber tragen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht bin ich nackig. Was? So. Okay. Ne, ne, wir haben die noch an. Sehr schön. So. War da noch was? War da noch was? Ne, ich spare, Diggy. Ich spare. Ich spare. So, dann ab in den Tunnel. Da sieht man, der Kleine wieder einen... Ausraster kriegt. Hallos. Wir sind drin. Wir sind drin. Oh. War knapp. Das war knapp. Wir sind drin, sagt er. Da kommen sie schon wieder. Konzentrieren, Junge. Na-Kampf... Na-Kampf hab ich auch nicht geskillt, aber... Ah! 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 Richtig. Sehr schönes Teamwork. Er war immer schön geschossen, wenn ich das gedrückt habe. So will ich das. Nicht, dass er fünf Stunden später schießt. So lobe ich mir das. Hier sind die kleinen Viecher. Damn, Double Kill. Oh. Oh, Blended. Die macht schon gut Damage jetzt im Fernkampf. Sehr schön. Ein bisschen Energie wäre trotzdem nicht verkehrt. Ein bisschen Energie. Wow, das ist mal beeindruckend. So, wo ist jetzt das Ding da schon wieder? Hier ist er wieder zugewachsen. Das heißt, hier muss es wieder irgendwo die Wurzel geben. Die Wurzel allen Übels. Geht's? Warum geht das diesmal nicht? Treffen lautet die Devise. So. Wo das ist? Ach, guck mal da hinten. Hier da. Wahrscheinlich noch auf der anderen Seite. Oh. Ach. Die Frage ist wo. Die Frage ist... Ach hier. Drei sogar. Jetzt. Jetzt. Loot, 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 loot. Müssen wir doch nicht entgehen. So, da. Ah, leider nur Standard. Gewöhnlich. Aber können wir verticken. Ist auch okay. Können wir verticken. Alles halb so wild. Gib Money, Money, Money. Ah. Nicht im Weg rumstehen, Kleiner. Wie er dran klebt, wie so ein Magnet. Durch den Ring, voll geil gemacht. Da, das Licht. Sie haben es mit dem Zeug bedeckt. Aber wozu denn? Da. Noch ein Lichtalb. Was macht er? Oh nein. Er hat sagen, er stirbt. Wieso töten sie ihn? Er hat nichts getan. Urteile nicht vorschnell. Du siehst das Ende eines Krieges, Junge. Du kennst den Hintergrund für diese Tat nicht. Er hat sich nicht mal verteidigt. Das war seine Wahl. Wir treffen uns. Wir verteidigen uns auf jeden Fall, Diggy. Wir verteidigen uns auf jeden Fall. Alter, ich bin gleich tot hier, wenn das so weitergeht. Unter mir auch noch. Alter, wie viele das sind. Was ist denn mit meinem Rage-Mode eigentlich? Das Rage-Mode ist doch gleich voll. Oh, die Typen sind aber auch gleich tot. Wir sind jetzt noch drei, oder? Schaffen wir jetzt auch noch so ohne Rage-Mode. Das hebe ich mir auf. Sehr schön. Das Licht ist nahe. Such einen Weg hinein. So. Die nächste. Okay. Patsching. Da, mehr Lichtbrücken. Folge mir. Folge mir, sagt er. So, aber jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Da lang. Nachtmare. Da, Vorsicht! Wo ist er hin? Explodiert? Hä? Sei konzentrierter. Meine, ich kann es den aber auch mal loben. Nein, kann man auch mal loben. Ja. Komm, werdet ihr denn schon wieder so viele, 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 ganz viele, viele. Nicht so ausgewichen, oder? Scheiße, war es um kein Kakao. Gegner erledigt. Kann losgehen. Ja, war schön da angetackert. Angetackert. So, einfrieren, die Scheiße. Und ab, geht er. Putz. So muss das, Digi, so muss das. Lern. Sieh zu und lerne. Lern fürs Leben, Junge. Gibt's Energie? Hier gibt's Energie. Hier gibt's Energie. Okay. Komm schon gleich noch der Big Baba Boss. Oh, hier haben wir wieder drei. What? Okay, das ist heftig. Bitte was? Wie soll das denn funktionieren, dass der alle trifft? Wat? Das ist zu hoch gerade für mich, Leute. Das ist richtig hoch für mich gerade. Das ist schon sehr spät. Und vor allem... Wie muss man sich... Das sieht zu schwer aus. Vielleicht finden wir das Licht noch woanders. Nein, gib mir einen Moment. Siehst du, ist zu schwierig. Wir sollten gehen. Noch nicht. Digga, was ist das denn? Das ist bestimmt mega einfach. Das ist bestimmt mega einfach. Das kann gar nicht funktionieren. Wie soll das funktionieren? Ich glaube nicht, dass du das schaffst. Ich glaube das auch nicht. Ich werde es schaffen. Die Frage ist, wo musst du dich da hinstellen? Ah, der muss gar nicht alle mit einmal. Okay. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. So, hier haben wir auch noch einen. Okay, die drei hier wahrscheinlich. Okay, und die drei. Okay, so schwer war es gar nicht, bis man es mal gerafft hat. Wenn man es einmal gerafft hat, dann geht's, dann geht's, dann geht's. Wie immer. Ich glaube nicht, dass wir hier sein sollten. Sei still. Sei still, sagt er. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier kommt. Hast du gehört? Sei wachsam und bleib bei mir. Oh oh, hier kommt gleich ein richtig mieser Motherfucker. Ich sag's euch. Wenn wir es zum Licht schaffen, wie kriegen wir es dann in den Bifrist? Die Hexe meinte, wir sollen reingehen. Hat sie? Als sie aus dieser Welt gerissen wurde. Oh, hab ich das verpasst? Ihr war ihre Sicherheit wichtiger als unser Ziel. Sehr schön. Alter, wie ich mich kriege. Ich hab kurz ein bisschen verschrauben. Hohoho, wo, wo, wo? In jeder Ecke lauerngefahren. Hallo, Kuro. Guten Abend. Gute Nacht, wie auch immer. Das ist so klebrig. Nimm den Finger aus deiner Arsch. Zurück. Das ist keiner, Mann. Okay. Okay. Fast am Ziel, aber wir müssen aufpassen. Was sind das für Viecher, bitte? Okay, Leute, an der Stelle machen wir aber erstmal einen Cut und sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Warum? Woher weißt du das? Woher weißt du das? Die Macht dieser Waffe, jeder Waffe, kommt von hier. Im Zusammenspiel mit dem hier. Durch Disziplin, die Selbstbeherrschung von dem, der sie trägt.